Hallo, hier ist BibleTunes mit der Staffel Das Israel-Projekt mit Tobias Krämer von Christen an der Seite Israels. In der vorigen Folge haben wir uns mit dem Apostel Paulus beschäftigt, sind mal in das Denken dieses großen Mannes ein bisschen tiefer eingestiegen und haben ihn als Juden kennengelernt, als Pharisäer, der an Jesus glaubt, als Schriftgelehrter, der zum Glauben an Jesus, den Messias, gekommen ist. Und da ist es natürlich jetzt eine spannende Frage, wie stand so ein Mann jetzt eigentlich zu Israel? Einer, der selber Israelit ist, Jude ist, zu diesem Volk gehört, aber an Jesus glaubt und dadurch sich zu ganz neuen Horizonten hat führen lassen. Wie steht so jemand zu Israel? Wie spricht so jemand über Israel aus der Perspektive von Jesus her? Das ist natürlich eine spannende Frage und wir haben das große Glück, dass Paulus an die Römer einen sehr umfangreichen Brief geschrieben hat. Und in diesem Brief hat er drei ganze Kapitel dieser Israel-Thematik gewidmet, nämlich die Kapitel 9 bis 11. Zunächst mal ein kurzer Überblick, wie ist der Römerbrief überhaupt aufgebaut? Ich mache das jetzt mal mit ein paar ganz einfachen Sätzen und Beobachtungen nur. In den ersten acht Kapiteln, da geht es um das Evangelium. In Kapitel 1 bis 3 Vers 20, da geht es darum, dass alle Menschen Sünder sind. Das wird hier entfaltet, egal ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Alle Menschen sind Sünder. Das ist das Ergebnis dieses Abschnitts. Wenn alle Menschen Sünder sind, dann sind alle reif fürs Evangelium. Und so wird ab Kapitel 3 Vers 21 das Evangelium entfaltet bis hinten raus zu Kapitel 8. In Kapitel 8 kommen dann die ganz, ganz großen Verse, die wir alle so sehr lieben. Vor allem, wenn wir in Krisen sind, machen wir uns daran fest. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das bekennen wir dann, das lesen wir, das gibt unserem Glauben Auftrieb. Ganz wunderbare, lobreißende Verse, große Verse über die Liebe Gottes, über Jesus Christus, über das Evangelium. Wir alle kennen die gut. Also Paulus beendet das achte Kapitel mit einem Höhenflug über die Gnade, die Liebe Gottes, über das Evangelium. Dann kommt Kapitel 9 Vers 1 und man fragt sich, was ist mit diesem Mann denn jetzt nun los? Da heißt es, ich sage die Wahrheit in Christus und Lügen nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Wie kann denn sowas jetzt nur sein, dass dieser Mann, der gerade vom Evangelium geschwärmt hat, jetzt plötzlich von einem großen Schmerz, von einer großen Traurigkeit spricht und von Schmerzen nicht nur punktueller Art, sondern ohne Unterlass in seinem Herzen. Dieser Mann, dieser große Apostel war beständig von einem Schmerz erfüllt. Er hat Gemeinden gegründet, er hat Heilungen gesehen, er hat gesehen, wie Menschen zum Glauben kommen, wie sie befreit geworden sind, wie sie durchgestartet sind mit Jesus. Er hat so viel Großartiges erlebt und unterschwellig war dauernd dieser Schmerz, war diese Traurigkeit in seinem Herzen. Warum kommt der Apostel genau an der Stelle, wo er auf den Höhepunkt des Evangeliums kommt, dann auch auf diese Traurigkeit und diese Schmerzen zu sprechen? Die Antwort ist einfach, weil er in dem Moment an sein Volk Israel denkt. Und er sieht, dass die meisten Juden von genau diesem wunderbaren Evangelium überhaupt nichts wissen wollen. Paulus hat das schmerzhaft erlebt, er hat immer den Juden zuerst das Evangelium gepredigt. Auch diese Reihenfolge war für ihn wichtig, den Juden zuerst, dann den Griechen, also den Nichtjuden. Das war für ihn einfach der richtige Weg. Und er hat so oft erlebt, dass dieses Evangelium auf Ablehnung stieß und dass er auch selber darunter gelitten hat. Er ist verfolgt worden, er ist geschlagen worden. Er hat schlimme Erfahrungen gemacht, das alles gehört zum Leben dieses Apostels hinzu. Also die Schmerzen in seinem Herzen waren auch begleitet von äußeren, von körperlichen Schmerzen, von Ablehnung. Das alles hat es gegeben. Und jetzt kommt Paulus auf die bemerkenswerte Aussage und da sieht man, wie sehr er sein Volk liebt. Vers 3 Paulus würde sein eigenes Heil hergeben, wenn er dadurch sein Volk Israel retten könnte. Dass das nicht möglich ist, weiß er, das wissen auch wir, aber es zeigt, wie tief seine Liebe zu diesem Volk war, obwohl er unter genau diesem Volk auch enorm gelitten hat. Und jetzt kommen wieder ganz hohe Aussagen über dieses Volk. Römer 9, Vers 4 Und diese Aussagen macht Paulus angesichts dessen, dass die Juden ja vom Evangelium gar nichts wissen wollen. Und trotzdem gilt, sie sind Israeliten. Das ist ein Ehrentitel. Denen die Kindschaft gehört. Da sagen wir, Holla, sind nicht wir Kinder Gottes. Klar sind wir das. Aber das Konzept der Kindschaft, dass Menschen Kinder Gottes sein und werden können, gehört Israeliten. Denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und die Tora und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Ein hochprivilegiertes Volk haben wir in Israel vor uns, nach den Worten des Apostels Paulus. Und da kann Paulus nur mit einem kleinen Lobpreis schließen. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Die Juden sind reich begütert, aber mit Jesus will es nicht klappen. Die Frage ist, wie geht es mit diesem Spannungsfeld denn weiter? Und diese Frage behandelt Paulus im Römerbrief in diesen drei Kapiteln Römer 9 bis 11. Ich kann hier nur an einigen Punkten jetzt eintauchen in diesen großen Text. Lest ihn am besten ganz, am besten zwei, drei Mal. Und ich empfehle euch, haltet euch nicht an den Kleinigkeiten auf. Man hat an jeder zweiten Zeile sofort Fragen, sondern versucht einfach mal dem roten Faden, dem Gedankengang zu folgen. Davon hat man am meisten. Man kann dann immer noch in die Details gehen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich überspringe das ganze Kapitel 10 und komme gleich zu Kapitel 11. Man könnte ja jetzt meinen, dass die Juden, wenn sie von Jesus nichts wissen wollen, alles verloren haben, was sie von Gott her eigentlich hätten. Und genau das hat die christliche Theologie über Jahrhunderte, Jahrtausende als Mainstream-Theologie gelehrt. Mit den Juden ist es aus. Mit den Juden geht es nicht mehr weiter. Die haben ihre Chance gehabt. Die hätten den Messias annehmen sollen, haben sie nicht getan. Jetzt hat Gott mit den Juden, mit Israel Schluss gemacht und das Volk Israel durch die Gemeinde Jesu ersetzt. Diese Theologie nennt man Ersatztheologie, Replacement Theology, weil es eben diesen Ersetzungsvorgang abbildet, dass Israel durch die Gemeinde Jesu ersetzt wird. Das hat die Mehrheit der Christen seit dem zweiten Jahrhundert geglaubt, bis ins 20. Jahrhundert hinein eine gigantische Fehlprägung in der christlichen Theologie, die noch heute enorme Nachwirkungen hat. Wie es dazu kommen konnte, ist fast schon rätselhaft, weil Paulus ist so klar, Römer 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ja genau die ersatztheologische Frage. Hat Gott Israel verstoßen und macht jetzt mit der Gemeinde Jesu weiter? Das wäre dann die Konsequenz. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Mä, genäuto. Eine intensive Verneinungsform im Griechischen. Auf keinen Fall. Wer diesen Vers liest, der müsste eigentlich bereits wissen, Ersatztheologie weist in die falsche Richtung. Ersatztheologie ist falsch. Und trotzdem ist die Christenheit über dieses Stoppschild hinweggerannt, als ob es da gar nicht stünde. Und das hat fatale Folgen gehabt. Weil das nicht jeder gleich kapiert, hat Paulus in Vers 11 nochmal eine ähnliche Fragestellung formuliert. Sind sie, die Juden, etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Etwas hinterhältiger hat Gott das Evangelium so schwierig für die Juden formuliert, dass die es gar nicht verstehen, sodass sie straucheln, Gott Israel endlich los hat und jetzt mit der wunderbaren Christenheit weitermachen kann. Und wieder genau die gleiche Antwort. Mä, genäuto. Auf keinen Fall. Und dann die wichtige Aussage Römer 11, 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Damit ist die wichtigste Weiche gestellt. Die Erwählung gilt noch. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Die Erwählung ist kraftvoller und stärker als das Nein der Juden zu Jesus. Das ist hier schon mal festgehalten. Wir haben den selben Zusammenhang in Römer 11, Vers 28. Da waren wir schon mal, ich wiederhole es, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, die Juden, zwar Feinde. Na klar. Also wenn man durch die Evangeliumsbrille schaut in die jüdische Welt, dann sieht man viel Ablehnung, viel Nein dem Evangelium gegenüber. Dann aber schwenkt Paulus um, hinsichtlich der Erwählung aber sind und bleiben sie Geliebte um der Väter Willen. Die Erwählung bleibt, die Liebe Gottes zu seinem Volk bleibt und das Ganze um der Väter Willen, wo Gott sich ja gebunden hat an Abraham, Isaac und Jakob, das ist hier der Gedankengang. Hier haben wir was ganz Bemerkenswertes. Nicht nur, dass die Erwählung noch immer gilt, sondern wir haben sogar einen Blick in das Herz Gottes. Hinsichtlich der Erwählung aber sind und bleiben sie Geliebte. Hier ist von der Liebe Gottes zu seinem Volk die Rede. Wenn wir in Gottes Herz hineinschauen, dann finden wir Liebe diesem seinem Volk gegenüber, obwohl in den Herzen so vieler Juden diese Feindschaft, dieses Nein dem Evangelium gegenüber zu finden ist. Gott selber leidet an diesem Nein. Gott selber findet die Ablehnung des Evangeliums alles andere als gut und trotzdem, er bleibt bei seiner Erwählung, er bleibt bei seiner Liebe. Sein Herz ist voller Liebe diesem Volk Israel gegenüber. Daraus könnten wir eine erste Konsequenz ziehen, nämlich die, dass Gott, wenn er bei der Erwählung bleibt und bei der Liebe bleibt, sicherlich von uns als Christen dasselbe will. Dass auch wir die Erwählung Israels festhalten, wenigstens mal theologisch, dann aber auch die Liebe Gottes zu seinem Volk teilen. Dass wir vielleicht sogar Botschafter seiner Liebe in die jüdische Welt hinein werden. Das, meine ich, ist unser Auftrag. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Paulus sagt im gleichen Kapitel, Römer 11, Vers 26, dass Israel eine Heilsperspektive hat. Da kommt er nämlich zu der gigantischen Aussage, ganz Israel wird gerettet werden. Momentan ist es noch so, nach Vers 25 ein Teil Israels ist verstockt, ein anderer Teil ist schon durchgebrochen zum Evangelium. Am Ende aber wird ganz Israel gerettet werden. Im Endgericht findet nicht die Verurteilung Israels statt, sondern die Rettung Israels. Israel kommt in die Ewigkeit, wir werden dort auch sein und zusammen die Ewigkeit mit Gott verbringen. Woher weiss das, Paulus? Ist es nur aus seinem Schmerz, dass er sich irgendwelche Hoffnungen macht? Nein, er ist schriftgelehrt und bleibt es auch. Er sagt nämlich, wie geschrieben steht. Und dann greift er auf die Septuaginta zurück, auf die griechische Übersetzung des Alben Testaments, nimmt einige Prophetenworte aus Jesaja, Jeremia zusammen und formuliert, Es wird aus Zion der Retter kommen. Das ist Jesus für meine Begriffe, aus Zion nach Israel. Also von Jerusalem aus wird er ganz Israel erreichen. Und was macht er? Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Am Ende kommt Gott selber, beziehungsweise sein Messias, Jesus Christus. Er kommt zum Heil für Israel, weil Jesus ist der Messias, also der Heilsbringer für Israel. Er nimmt von Israel die Gottlosigkeiten weg, ob sie wollen oder nicht. Er nimmt die Sünden weg, ob sie wollen oder nicht. Wenn Israel dann ohne Sünden dasteht, ja dann wird es kein Problem sein, dass ganz Israel im Endgericht gerettet wird und dann auch Eingang in die Ewigkeit findet. Eine grandiose Heilsperspektive entfaltet hier Paulus vor unseren Augen. Für uns aber gar nicht ganz neu, denn wir haben schon bei Jeremia 31 vom Neuen Bund gehört. Da stehen diese Zusammenhänge auch schon. Wir haben Hesekiel 36 gehört. Neues Herz, neuer Geist, Erneuerung der Menschen. Wir kennen also diese Zusammenhänge schon. Paulus greift sie hier auf und führt sie zu Ende. Ganz Israel wird gerettet werden. Was kann es Größeres geben als diese Aussage?